So, wir werden beginnen mit 75mm. Wir werden es mal steppen. Erst in die eine Richtung. Wir werden mal schauen, wie es aussieht. Was in die eine Richtung geht, geht natürlich selbstverständlich auch in die andere Richtung. Und wenn wir die Effekte gerne nochmal auf Schlag sehen wollen, hier der Fünferfächer dazu. Weiter geht es im Kaliber 100mm. Zunächst wieder die eine Richtung. Und Sie werden es richtig erraten, wir werden es auch in die andere Richtung schaffen. Und das Ganze nochmal als Fünferfächer. Kaliber 125mm, Sie werden es erraten, ich werde es nicht sagen. Und das Ganze natürlich auch nochmal als Fünferfächer. So, wir sind angekommen beim Kaliber 150mm, unser größtes Kaliber heute. Es gibt die Sicherheitsabstände, die gehen da nicht mehr her. Und ich denke, wir sind alle ganz dankbar, dass es nicht noch näher ist. Ich hoffe, Sie konnten es gerade so erkennen. Erzählen Sie Ihren Nachbarn, was war. Und nochmal als Fünferfächer. Sie haben richtig mitgezählt, waren drei, da muss ich doch mal den Kollegen nochmal reden. Wir haben deswegen mal zweimal drei gemacht. Sie können es gerade von den Kollegen flüstern hören, weil wir Shell & Shell Bomben geschossen haben. Wie gesagt, alles Material der Firma PyroArt. Dauert ein kleines Sekündchen und dann werden wir zeigen, dass wir diese Stepping auch mal in allen Kalibern vornehmen können, gleichzeitig. So, viel Spaß! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020